Hi, kennt ihr das? Ihr seid auf der Suche nach Informationen oder Videos und stoßt auch auf YouTube auf ein gutes Video, das sich gut anhört, aber ihr wüsst nicht wirklich, worum geht es da tatsächlich und besprechen die auch die Themen, die mich interessieren, dann habe ich einen Website-Tipp für dich, wie du das ganz einfach rausfinden kannst. Das sage ich dir jetzt. Und zwar gehst du dazu einfach auf summarize.tag und diese Webseite basiert auf JGBT, das steht auch oben rechts und die gibt es in der kostenfreien Variante und die gibt es auch in der prämienpflichtigen Variante. In der Prämienvariante hast du da natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten. Du kannst das aber auch ausprobieren, du musst nicht einmal eingeloggt sein. Also du kannst einfach die Webseite aufrufen und sofort loslegen. Wie funktioniert das Ganze? Du fügst dort den Link ein von dem Video, das du zusammengefasst haben möchtest. Hier ist mal eins von mir, in dem ich erkläre, wie man die App CapCut auch am Desktop nutzen kann. Du fügst den Link ein, übermittelst ihn und nach ein paar Sekunden, ein paar Minuten hast du dann noch schon das Ergebnis. Dann kontrollieren wir das mal. Tatsächlich, das Video beschäftigt sich mit der Desktop-Variante von CapCut und zeigt den effizienten Weg Videos zu schneiden, Effekte hinzuzufügen. Es highlightet besonders den größeren Arbeitsbereich, den man hat, sodass man auch ganz leicht Subtitel, also Untertitel erstellen kann und so weiter. Und wenn man auf C-More drückt, dann kriegt man das noch detaillierter. In der Premium-Version steht dann sogar ziemlich genau, in welcher Minute genau was besprochen wird. Und das ist natürlich gerade hilfreich, wenn man arbeiten will. Aber funktioniert das auch mit längeren, vielleicht komplizierteren Videos? Dazu kopiere ich mal den Link zu einem Interview, das ich gegeben habe. Und dann wollen wir doch mal rausschauen, ob er auch das erkennt, was ich dort in dem Interview sage. Und das Interview ist übrigens auf Deutsch geführt. Und ihr seht, auch das fasst er sehr gut zusammen. Ihr schreibt eben in dem Video, geht es um die Herausforderungen bei digitalen Events, was man beachten muss, um emotional die Teilnehmer abzuholen. Und dass es vor allem wichtig ist, das entsprechende Team zusammenzustellen. Und ich erzähle in dem Video, wie ich die Teams zusammengestellt habe. All das erkennt er wirklich sehr, sehr genau. Und wie gesagt, in der Premium-Version gibt es ein bisschen mehr. Die Seite heißt Summarize Tech. Ja, also ich hoffe, die Webseite hilft euch. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Projekt. Und ansonsten sehen wir uns hier im Feed.